Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag am 8. Oktober 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 897 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Monopol Macht, Cellmate, Samsung Werbung und PS5. Ja, es sind nicht deren viel, aber irgendwie war heute auch nicht wirklich was los oder ich habe es verpasst. Das kann auch sein. Dann gerne über die üblichen Wege in meine Richtung bitte. Es gab vom amerikanischen Kartellamt eine, ja wie sagt man dem, wie heisst das Zeugs, eine Stellungnahme, jetzt ging es, zu der ganzen Untersuchung, welche die USA oder eben das Kartellamt unter den Big Fours, also Amazon, Apple, Facebook und Google gemacht hat. Zusätzlich haben sie in über 300 Interviews geführt mit Dutzend anderen Firmen und dabei mit und ganz viele Dokumente studiert. Was rausgekommen ist, dass man bei den ganzen Firmen einen Marktwert von 5 Billionen US-Dollar zusammen bekommt und dass es viel zu gross ist und zu monopolistisch etc. Die einzelnen Firmen haben sich auch schon dazu gemeldet. Die eine oder andere Stellungnahme haben wir auch bei uns in den Shownotes mit verlinkt. In diesem Fall vor allem die von Apple und da meint man, dass dem nicht ganz so sei, wie es da im Bericht festgelegt ist. Meint übrigens auch Amazon und auch Google. Wer war der Dritte nochmals? Ach ja, Facebook. Diesen Jahr sowieso erhaben überall dem Ganzen, was da so rumfleucht. Weiter geht's mit Cellmate. Das ist ein asiatisches Spielzeug für den modernen Herr, der sich ein bisschen Freude verschaffen möchte mit einem Sextoy. Das Ganze funktioniert mit einer App auf Android- oder iOS-Basis und auf der Android-Seite braucht man dazu 30 verschiedene Berechtigungen. Ziemlich, ziemlich speziell hätte ich ein Spielzeug, was jetzt nicht unbedingt aus der Sparte kommt, aber auch sonst, das so viele Berechtigungen möchte, da würde ich denen nicht so viel geben. Das Problem an dem Gerät ist, man hat zwar eine neue API programmiert, nachdem man von den ersten Fehlern gelernt hat und auch sonst bemerkt hat, dass es da Unterbrüche gibt und dann das Teil nicht mehr geöffnet werden konnte etc. Lustigerweise passieren leider die Fehler immer noch und somit würde ich allen anraten, dass man das Teil nicht unbedingt sich kaufen sollte. Vor allem, da die Batterien, welche inwendig integriert sind, hier in Europa fast nicht käuflich zu erwerben sind. Für all die findigen Köpfe, das könnte man sich aufkaufen und einen schönen Shop erstellen. Scherz beiseite. Ein US-Embargo in Richtung Huawei, das bringt jetzt Samsung so weit, dass sie aktiv Werbung in der Huawei-Community machen. Und wie tun sie das? In England gibt es einen Tweet, was Samsung hat herausfallen lassen, dass all diejenigen, die ein Huawei P30 Pro, eines der letzten mit Android ausgelieferten Smartphones aus dem Haus, aber auch das Mate 20 Pro, ihre eigenen nennen, die dürfen das als Anzahlung geben an ein neues Galaxy Note 20 Ultra. Da ist bis zu 350 Pfund, was man da zurückbekommt, also definitiv nicht ein schlechter Deal. Würde ich mir eventuell überlegen, wenn ich da zufrieden bin, dabei bei Huawei, logischerweise nicht. Wenn ich Hoffnung in Richtung der kommenden Wahl hätte, sowieso auch nicht. Ansonsten kann man das ja mal tun, würde ich sagen. Zu guter Letzt habe ich euch noch ein Video verlinkt von offizieller Stelle bei Sony, denn die haben ein Teardown gemacht. Das heisst, sie haben jetzt selber, bevor all die anderen das tun, eine PS5 zerlegt. Da hockt ein Ingenieur, wahrscheinlich von Sony, oder ein Manager, der eine Anweisung von Ingenieuren bekommt, ganz fein säuberlich und schön angezogen hinter einer PS5 und schraubt die langsam für euch auseinander. Wer mag, kann sich das Video antun, 7 Minuten und 11 Sekunden. Ich habe es getan, schöne Einzelteile. Ich bin gespannt, wie das mit der Abwärme funktionieren wird und oder soll und ob sich da auch kleine Upgrades und Hacks möglich sein werden in Zukunft. Wer mag, gerne nachschauen, daily.geektalk.ch oder in den Shownotes eurer Vertrauens. Da ist der Link zu diesem YouTube-Video mit drin. In diesem Sinne, ich hoffe morgen wieder mit ein paar mehr Themen. Bis bald, euer Poughkepsy. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.